Wir können nicht ausschließen, dass Backmuth in den nächsten Tagen fällt, musste Stoltenberg am Rande von Beratungen mit den EU-Verteidigungsministern in Stockholm einräumen. Nach den heftigen Kämpfen um die Festung sei dies aber kein Wendepunkt, versucht er zu beschwichtigen. Der bevorstehende Fall von Backmuth zeige aber, dass wir Russland nicht unterschätzen sollten und wir die Ukraine weiter unterstützen müssen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hatte zuvor gewarnt, dass durch den Fall von Backmuth freie Bahnen für weitere Eroberungen Russlands in der Ostukraine entstehen könnten. Die russische Artillerie hat keinerlei Engpass bei den Munitionslieferungen. Laut NATO-Aussagen verfeuern Putins Geschützbatterien aktuell 23.000 Granaten pro Tag. Die Streitkräfte der Ukraine können lediglich mit 5.000 bis 6.000 Schuss antworten. Händeringend suchen die Verteidigungsminister der EU nun nach Möglichkeiten, die Ukraine weiter mit Munition zu versorgen.